Liebe Studierende, wir wollen Ihnen nun einen Einblick geben, wie Sie Ihre Arbeit aufbauen können. In der Regel verfügt jede Arbeit über ein einleitendes Kapitel, einen Hauptteil und einem Schluss. Wir möchten Ihnen nun auch am Beispiel unserer Arbeit, die wir hier vorliegen haben, einmal zeigen, wie Sie das am besten machen können. Dazu gehe ich einmal in das Dokument. Das erste Kapitel startet auf Seite 1, hier mit Problemstellungen auf bei der Arbeit. Hier sollten Sie tatsächlich dann auch die Problemstellung beschreiben und den Aufbau der Arbeit schildern. Danach kommt in Kapitel 2, 3, 4, 5, 6 der Hauptteil der Arbeit und dann das siebte Kapitel, Fazit und Ausblick. Das ist Ihr Schlusskapitel. Anfolgend noch natürlich Literaturverzeichnis und der Anhang. Sie sehen nun hier die weiteren Verzeichnisse, einmal das Abbildungsverzeichnis, das Tabellenverzeichnis und auch das Abkürzungsverzeichnis. Bitte denken Sie da dran, alle Abkürzungen hier aufzuführen, die sich nicht im Dunen finden. In Kapitel 1 leiten Sie dann zunächst sehr generell ein. Das heißt, Sie müssen Ihren Leser erstmal abholen, ihm vielleicht auch einzelne Definitionen zeigen, wie zum Beispiel hier die Definition des Mobile Payments, um ihn dann auch neugierig auf das Thema zu machen und ihn langsam in einzelnen Schritten an das Thema heranzuführen. Das sollte allerdings recht zügig gehen. Sie sollten jetzt nicht vier, fünf Seiten dafür verwenden, sondern wir empfehlen so zwei, maximal drei Seiten für Problemstellung und Aufbau der Arbeit. Für die Problemstellung ist es dann auch nochmal gut oder günstig, wenn Sie die Relevanz des Themas zeigen. Hier zum Beispiel eine Grafik, die die Relevanz des Themas, die Umsatzentwicklung in Europa zeigen, um dem Leser aufzuzeigen, dass das Thema tatsächlich von Bedeutung ist. Soll den Leser dazu natürlich auch nochmal motivieren, die Arbeit zu lesen. Genau das ist das Ziel der Arbeit. Sie sollten zunächst den Leser abholen, an das Thema heranfüllen und dann auch tatsächlich die Fragestellung der Arbeit nennen, indem Sie beispielsweise eine Forschungsfrage formulieren oder das Ziel der Arbeit. Anschließend nennen Sie noch den Aufbau der Arbeit. Das bedeutet, Sie zeigen hier in diesem Kapitel 1.2 Aufbau der Arbeit dem Leser, in welchem Kapitel Sie welches Thema behandeln werden. Das heißt, Sie nehmen hier Bezug zur Gliederung und sagen explizit, in Kapitel 2 kommt eine Analyse des Tankstellenmarktes inklusive des Mobile Payments beispielsweise in Deutschland. Wir haben dann in Kapitel 2 die Analyse des Mobile Payments im Dolmetschen Tankstellenmarkt. Hier handelt es sich nun um Daten, die aus dem Tankstellenmarkt zusammengetragen werden. Danach folgt die Literatur. Ich gehe das jetzt nicht alles nochmal hier seitenweise durch, sondern zeige Ihnen das anhand der Gliederung. Das ist der Hauptteil der Arbeit. Das sollte sehr erfülllich erfolgen. Und am Schluss haben wir nochmal ein Fazit und einen Ausblick. Hier sollten die Kernergebnisse auch nochmal zusammengefasst werden und in Bezug gestellt werden zu Ihrer Forschungsfrage, die Sie im einleitenden Kapitel gestellt haben. Das bedeutet, hier soll die Forschungsfrage beantwortet werden und es ist günstig, hier auch nochmal einen Ausblick zu geben auf beispielsweise zukünftige Forschung, auf zukünftige Entwicklungen. Wir haben nun nochmal ein paar Tipps für Sie zusammengefasst, für das erste Kapitel, die Sie beachten sollten. Und zwar würden wir Ihnen empfehlen, einen sogenannten Trichteransatz zu verwenden. Das bedeutet, dass Sie mit dem Beginn, mit dem ersten Satz, den Leser erst einmal abholen, diesen auch relativ allgemein formulieren, sich darauf beziehen, was der Leser kennt, damit er einen Zusammenhang dazu herstellen kann. Danach sollten Sie immer weiter das Thema einengen und zum Schluss zu Ihrer Forschungsfrage kommen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit beantworten möchten. Dazu sollten Sie einen ersten Satz möglichst packend formulieren. Bitte verwenden Sie keine, wir nennen es immer Globalformeln, wie zum Beispiel, ja, die Welt wird immer dynamischer, alles wird immer komplexer und schwieriger. Das sind sehr allgemeine Aussagen. Fangen Sie damit an, wirklich ganz konkrete Ereignisse aus Ihrem Umfeld zu nennen, die der Leser auch gut nachvollziehen kann. Sie sollten auf jeden Fall in Ihrem einleitenden Kapitel möglichst schnell auf die Forschungsfrage zu sprechen kommen, sodass diese einmal ganz klar ausformuliert wird. Sie können das auch alternativ als Forschungsziel formulieren, also nicht als Frage. Das ist letzten Endes Geschmackssache. Darüber hinaus sollten Sie das erste Kapitel, auch wenn es sich jetzt etwas merkwürdig anhört, erst zum Schluss Ihrer Arbeit schreiben. Das heißt, erst dann sollten Sie das erste Kapitel schreiben, wenn Sie genau wissen, was Sie im Verlauf Ihrer Arbeit auch tatsächlich tun werden, sodass Sie hier sehr zielgerichtet dieses einleitende Kapitel auch schreiben können. Sie sollten schließlich auch einen groben Überblick geben mit dem Argumentationsaufbau und dieses dann auch im Rahmen des Aufbaus der Arbeit dem Leser ganz klar nennen können, was Sie in welchem Kapitel machen. Für den Schluss haben wir auch noch ein paar Tipps vorbereitet für Sie. Und zwar sollten Sie erst mal Wiederholungen vermeiden. Das kann sehr langatmig sein, wenn Sie das, was Sie vorher in Ihrem Ergebnisskapitel schon einmal aufgeschrieben haben, noch mal verarbeiten. Sie sollten hier die Gedanken aus dem ersten Kapitel aufgreifen und hier so eine Art Klammer bilden und auch natürlich Ihre Forschungsfrage beantworten oder Ihr Forschungsziel erfüllen, damit Sie letzten Endes auch mit einem Ergebnis dastehen. Schließlich sollten Sie einen interessanten Ausblick geben, zum Beispiel für die Forschung, aber auch für weitere zukünftige Entwicklungen in der Politik, für die Wirtschaft und so weiter. Das wäre es zum Aufbau Ihrer Arbeit zu sagen. Danke.